Die Evolution der Handys auch zu erkennen an den Mobiltelefonen der Weltkompakt-Redakteure. Die neueste Stufe nach Apples iPhone, das Google G1, haben wir vorab getestet. Ja, ich habe mich ja sehr gefreut als einer der ersten Tester in Deutschland, das Google G1 Handy, was sie in Zusammenarbeit mit HTC entwickelt haben, einmal ausführlich testen zu dürfen. Das Besondere an dem G1 ist, dass man es aufklappen kann und dann hat man da unten eine richtige Tastatur, ganz anders als beim iPhone noch, wo man die Tastatur auf dem Touchscreen hatte. Die richtige Tasten werden auch sehr klein. Über den Trackball, der ist hier an der Seite, bewege ich jetzt hier das Icon und kann jetzt über die Tastatur eine Adresse eingeben. Etwas Fingerspitzengefühl gebe ich jetzt bei dieser kleinen Tastatur welt.de ein und bestätige das mit dem Trackball. Ja, und jetzt lädt die Seite hier mit UMTS-Geschwindigkeit. Das ist noch nicht ganz so schnell wie das DSL-vergleichbare HSDPR. Aber sie lädt und gleich haben wir sie hier. Schwupps, und da sind wir auf Welt Online und können jetzt hier runterscrollen. Dabei sieht man, wenn ich jetzt hier über die Seite gehe, diese Orangenumrandungen. Das zeigt an, was ich gerade ausgewählt habe. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier diesen Unterartikel Hessen nach der Wahl anwählen. Einfach einmal bestätigen und dann lädt der. So navigiert man dann halt über die Webseite. Hier sehen wir das Menü des G1. Hier sind verschiedene Funktionen wie Google Mail, Instant Messaging, Kalender oder die Kamera zum Beispiel. Und jetzt gehe ich mal zu einer richtig Google-typischen Funktion hier auf dem Desktop, nämlich Google Maps. Da haben wir das. Und da kann ich jetzt überall die Route nachgucken, gucken, wo ich gerade bin und wo ich langen muss. Das ist echt gut. Das G1 ist sicherlich für Leute, die viele Google-Services nutzen, wie Google Maps oder YouTube, ein sehr brauchbares Handy. Es hat nette Zusatzapplikationen, die sich kostenlos downloaden lassen. Ist allerdings vom datenschutzrechtlichen Standpunkt ein bisschen bedenklich, weil Google ja als Datenkrake verschrien ist. Und die hat man dann immer unterwegs dabei. Außerdem, wenn man sich die Menüführung anguckt und auch diese Tastatur, einfach längst nicht so praktisch und das Handy hat nicht so viel Sex-Appeal einfach wie das Apple-iPhone. Einfach noch ein bisschen stylischer.